Gestern war französischer Nationalfeiertag und das ist auch bei der Tour de France immer ein großes Spektakel und ein besonderer Tag. Die höchsten Berge werden erklommen, die besten Fahrer setzen sich in Szene, auch wenn man nicht weiß, wie diese Leistungen denn dann eigentlich zustande kommen. Ist aber auch der Tag, an dem die Verlierer geboren werden, die, die nicht mithalten können, die, die 10 oder gar 20 oder vielleicht noch mehr Minuten verlieren auf den Tagessieger, die gerade noch ins Ziel kommen und weiterfahren können. Sie sind enttäuscht, sie sind deprimiert. Ja, es ist der Verlierer, der diese Etappe verloren hat. Dabei finde ich, ist das immer eine Frage der Perspektive, denn das sind die Leute, die die komplette Etappe immer noch mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 40 kmh zurückgelegt haben. Das sind die Leute, die den Berg hochfahren und das vermutlich doppelt so schnell, wie ich den Berg runterfahren kann. Aber der Vergleich geht natürlich immer nach oben, zu dem Schnellsten, nicht zu dem, was man geleistet hat. Es ist immer eine Frage der Perspektive, eine Frage dessen, woran ich mich messe. In dem Zusammenhang ist mir ein Text von Günter Grass wieder eingefallen. Ein Text von Günter Grass, in dem er schreibt, oder der heißt Tour de France. Als die Spitzengruppe von einem Zitronenfalter überholt wurde, gaben viele Radfahrer das Rennen auf. Auch das ist eine Frage der Perspektive, eine Frage dessen, womit ich mich vergleiche. Ich wünsche euch und ich wünsche mir, dass wir es schaffen, das anzuerkennen, was wir wirklich können und nicht nur uns mit dem zu vergleichen, was uns nicht gelungen ist. Alles Gute, gesegnete Woche und bis bald! Alles Gute, gesegnete Woche und bis bald! Jingle Grass